An der links, an der rechts Ich gebe dir Protektor Da bist du echt nochmal richtig gut ausgewichen, Rick, ey Drei Barbaren? Kann man das zu blocken, wenn das so blöd, das so zu blocken, so zu kackten Schiffen Erick hat auch so ganz Ricks Movement, ne, macht mich wahnsinnig Ricks Movement ist ganz, ganz weird Na, was soll ich machen? Okay Das war's für heute. Das hast du auch gekillt. Danke. Klar, ich bin doch kein Fighter. Bumbo, Crack und Augenblock. Ein Rogue kann ich dir auch, gell? Wondeldecker Rogue aufpassen. Wo? Tür ist zur rechten hier. Hinter ist Bärenfaller auf dem Boden, glaub ich. Hier, wo ist was? Bärenfaller ist gefressen. Die ziehen sich zurück zu Bayern. Wenn wir das pushen, dann nicht pushen. Wo? Ja, lass sie kommen. Er ist noch Kampfeuer in der Leuche. Kampfeuer in der Leuche. Ich hab zwei mit. Oh, ist eingesperrt. Wir sind nach rechts. Eine nach rechts. Zweie nach rechts. Gleich von mir. Schöne aufpassen. Du bist alleine. Der ist hinter dir alle. Der müsste aber laut sein. Hinter dir der. Der ist in der Leuche. Oh Gott. Sag mir, wenn die kommen, ich kämpfeier mal eben. Sag mir, wenn die kommen. Ich kämpfeier, ich halte sie nicht mehr. Es ist dunkel, die da, wo wir sind. Ich habe es dunkel gemacht. Alter. Ach, sorry, nur. Ich halte weiter. Ich bin in den Wald gleich. Ich bin in den Wald, ja, ich habe einen Wald hier links. Die werden es gleich pauschen. Was war die für Schaden? Was hält der Rogue aus? What the fuck? The Rogue muss triple low sein. Ja, der ist weg. Ja, wegen der Rogue. Ich muss jetzt den Finger drauf. Einer, einer ist untergeschobt, wir haben einen Kill, wir haben einen Kill, wir haben einen Kill, wir haben einen Kill, der der Rogue rennt weg. Muss nochmal Camp feiern. Jo, macht das. Er ist am Looten, ich glaub's nicht. Ich merk's. Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen. Deswegen. Der hat richtig viel Sachen dabei, gell? Jetzt schau ich dir an. Der steckt ein. Sind wir da? Da? Ich glaub ich nicht. Du musst mal ja ganz kurz. Okay, der ist rechts, oder? Der ist rechts, oder? Krieg ich's. Da wechsel ich an. Der Rogue ist eingesperrt, der Rogue ist eingesperrt. Ja, wir kommen nicht durch wegen Helfer. Naja. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm zurück, oder? Ja, ich mach rechts drauf. Ich hab gar nichts. Mit der Heads kassiert? Ja ja Einer nach rechts, oder? Einer nach rechts Aber wie hält der Rogue aus? Zwei Headshots hat er Mach die Tür auf 1.30 bis wir nach links haben Der wird vorschnell zurück Der Rogue ist zurecht, glaub ich Der Rogue ist reingesprungen Ok, dann warst du das Aschul kommt gleich, ne? Der Letzte Der caster ich durch Ok, gut so Ich hab kaum auf der Ist ja einer, ist dir allein Ist ja auch nicht mehr Sorry Mach nochmal ein Campfire Ja? Ah ne, gleich kommt Fahrstuhl Aber ne Ich live der Du wirst ja mal live da rein, glaub ich mich Ich live den heute Ich hab so krasse Graph wie Bugs Dass ich hier überhaupt irgendwas gemacht hab, ey Aschul kommt jetzt Ich schenk mal die Ginn, ihr Gearssafe Ich schenk mal die Ginn, ihr Gearssafe Hat die was zu heilt? Ich hab die so offen gehettet Ja Ich hab die Ginn, ihr geht Ich hab die Ginn, ihr geht Ich hab die Ginn, ihr geht Bis zum nächsten Mal.